Ein Sherlock-Holmes-Abenteuer vermischt mit einer Prise Call of Cthulhu? Die Ausgangslage von The Sinking City klingt nicht nur für Liebhaber der Lovecraft-Vorlage wirklich vielversprechend. Ob das Detektiv-Abenteuer mit Horror-Elementen den Erwartungen aber auch gerecht werden kann, klären wir im Test. Im Mittelpunkt von The Sinking City steht Privatdetektiv Charles W. Reed, ein einstiger US-Marine, der seit dem mysteriösen Untergang seines Schiffes USS Cyclops von fiesen Albträumen geplagt wird. Die Bilder sind dabei immer dieselben. Eine Stadt, die in den Fluten versinkt, riesige Mäuler, die ihn zu verzehren drohen und eine dunkle Stimme aus der Tiefe, die ihn zu sich ruft. Auf der Suche nach deren Ursache verschlägt es den Weltkriegsveteran schließlich nach Oakmont. Ein verschlafenes Nest im US-Bundesstaat Massachusetts, das zu einer Art Tummelplatz für Menschen mit ähnlichen Visionen geworden ist. Grund dafür scheint eine mysteriöse Überschwemmung zu sein, die das fiktive Städtchen zunehmend im Wasser verschwinden lässt. Und zu allem Überfluss treiben dann auch noch Monster in der Gegend der Unwesen, die die Bevölkerung in Panik versetzen und ganze Viertel Menschen leergefegt haben. Ihr macht euch mit Charles Reed nun also auf, all diesen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen. Stolpert allerdings schon nach wenigen Minuten in euren ersten Fall. Ihr sollt Robert Throckmorton, einem der einflussreichsten Männer der Stadt, dabei helfen, seinen verschollenen Sohn zu finden. Eine perfekte Gelegenheit, um euch schnell mit den Grundprinzipien des Titels vertraut zu machen. Bei The Sinking City handelt es sich nämlich um ein Detektivspiel. Spielerisch orientieren sich die Macher von Frogwares also an ihren vorherigen Sherlock-Holmes-Titeln. Es gilt entsprechend, Beweise und Zeugen zu finden, diese zu kombinieren und so Fälle zu lösen. Im Gegensatz zu Holmes muss sich Reed dabei allerdings nicht nur auf sein Gespür verlassen, sondern kann auch einige übernatürliche Fähigkeiten sein Eigen nennen. Wichtigstes Schlüsselfeature ist das sogenannte innere Auge. Mit diesem lassen sich geheime Räume, unsichtbare Zeichen oder versteckte Spuren entdecken. Darüber hinaus gibt es noch die Retro-Kognition, eine Art Mystery-Puzzle, das man so ähnlich schon aus The Vanishing of Ethan Carter kennt. Mit dessen Hilfe könnt ihr einen Blick in die Vergangenheit werfen, sofern ihr den Ablauf dieser Rückblenden wiederherstellen könnt. Darüber hinaus müsst ihr aber natürlich auch ganz klassisch Indizien sammeln, diese in eurer Fallmappe zusammentragen und das ihnen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Das passiert jedoch alles in Eigenregie. The Sinking City bietet euch, je nach Schwierigkeitsgrad, kaum bis keine Unterstützung bei der Ermittlungsarbeit. Missionsmarker müsst ihr eigens auf der Karte platzieren. Zusätzliche Infos bekommt ihr nur durch selbstständige Recherche im Stadtarchiv. Tipps oder einen großen roten Pfeil, der euer nächstes Ziel zeigt, dürft ihr ebenso wenig erwarten. Der Bildschirm ist, abgesehen von eurer Lebensanzeige, beinahe nackt. Das mag auf den ersten Blick etwas abschreckend und überfordernd wirken. Dieses hohe Maß an Eigeninitiative kann aber auch sehr motivierend sein. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem euch klar wird, dass alle Fälle in The Sinking City nach dem gleichen Schema ablaufen. Ihr kommt an einen Tatort, sucht mit dem inneren Auge nach Hinweisen, verknüpft Indizien zu Schlussfolgerungen und beginnt dann an anderer Stelle wieder von vorne. Auch die diversen Nebenaufträge wurden nach dem gleichen Konzept aufgezogen, bieten also kaum spielerische Innovationen. Immerhin bekommt ihr hier und da eine Trophäe, schaltet ein lustiges Outfit frei oder erlebt obskure Geschichten. So bleiben als potenzielle Abwechslung eigentlich nur noch die Kämpfe gegen die monsterhaften Wesen, die die Stadt terrorisieren. Die Rechnung geht in der Praxis aber leider nicht auf, da die gerade einmal vier unterschiedlichen Gegnertypen kaum angsteinflößend aussehen und die Auseinandersetzungen mit Nahkampf und Schusswaffen wirklich nicht gut gelungen sind. Statt um euer Leben kämpft ihr öfters mit der Steuerung. Die Ballerabschnitte sind, gerade auf der Konsole, ziemlich unpräzise und das Trefferfeedback vollkommen unbefriedigend. Zudem macht Protagonist Charles Reed oftmals eine etwas hölzerne Figur, wodurch Gefechte schnell zu einer leidigen Qual werden, der man lieber aus dem Weg geht. Auf der positiven Seite spart ihr so immerhin Ressourcen. Diese sind in Oakmont aufgrund fehlender Händler nämlich ziemlich knapp. Ein sorgsamer Umgang mit Munition und Heil-Items ist also das A und O. Alternativ könnt ihr auch per Crafting-Funktion selbst für Nachschub sorgen. Die benötigten Materialien dafür findet ihr in eurer Umgebung. Haltet also stets Ausschau, nach Truhen, Schränken oder Mülleimern, in denen sich Schießpulver und ähnliches finden lässt. Mit offenen Augen durch die Spielwelt zu laufen, macht ohnehin viel Sinn. Schließlich gehört die stimmungsvolle Umgebung ganz klar zu den Stärken von The Sinking City. Oakmont hat dank seiner Lovecraft-Einflüsse einiges zu bieten. Seien es nun die interessanten und toll vertonten Einwohner oder die tiefer liegenden sozialen Spannungen innerhalb der Bevölkerung. Diese ernste Atmosphäre spiegelt auch das Design der Spielwelt wider. Oakmont wirkt mit seinen zerfallenden Häusern und kaputten Autos wie ein gottverlassener Ort. Hoffnungslos und trist. Hier liegt nicht nur die Gesellschaft in Ruinen, sondern auch die Stadt selbst. Dazu kommen dann noch das steigende Wasser, der dauernde Regen und dicker Nebel, die zur düsteren Umgebung beitragen. Dummerweise hat man sich daran allerdings irgendwann satt gesehen. Dann wirkt Oakmont nur noch grau und hässlich. Was auch an matschigen Texturen und Detailarmut liegt. Oder der nervig zeitraubenden Fortbewegung zu Fuß oder zu Wasser. Da reißt auch die Story am Ende nicht mehr viel raus. Diese ist zwar spannend erzählt und stellt euch oftmals vor harte Entscheidungen, in denen ihr nur zwischen zwei Übeln wählen könnt. Es wird aber irgendwann klar, dass eure Aktionen in The Sinking City meist keine Sicht- oder spürbaren Auswirkungen haben. Welches Ende ihr nach 10 bis 15 Stunden zu sehen bekommt, hängt nicht von eurer Spielweise ab, sondern von euren Entscheidungen in der letzten Viertelstunde. Das ist wirklich schade. Wie auch das ungenutzte Potential beim Protagonisten, der über den Spielverlauf etwas blass und eindimensional bleibt. Tiefergehend könnt ihr euch mit ihm nur dann beschäftigen, wenn ihr ihn über einen Fähigkeitenbaum mit diversen Skills und Perks ausstattet. Beispielsweise zusätzlicher geistiger Gesundheit. Sinkt diese aufgrund traumatischer Erlebnisse nämlich in den Keller, beginnt Reed Halluzinationen und Schattenfiguren zu sehen. Diese greifen euch sogar an, solltet ihr euch nicht rechtzeitig ein gutes Antipsychotikum spritzen. Abschließend offenbart der Titel auch noch ein paar technische Macken. Gerade auf der Konsole leidet The Sinking City unter Kantenflimmern, Pop-Ins und nachladenden Texturen. Wenn ihr ein Gebäude betreten wollt, müsst ihr euch zudem auf diverse Ladezeiten gefasst machen. Blackscreen inklusive. PC-Spiele haben es da deutlich besser. Das Nutzen der Schnellreise oder Respawnern nach einem Tod laufen aber auch auf dem Rechner nicht ohne Unterbrechung ab. So fällt das Fazit für The Sinking City dann doch leider etwas ernüchternd aus. Was wirklich bedauerlich ist, da der Titel durchaus Potential für mehr gehabt hätte. Aus den vielversprechenden Ansätzen wurde aber einfach zu wenig gemacht. So hält das Horror-Adventure, das ihr seit dem 27. Juni über den Playstation, Xbox oder Epic Game Store bekommt, zwar als netter Lückenbüßer fürs nahende Sommerloch her. Bleibt einem wahrscheinlich aber nicht längerfristig im Gedächtnis. Wie ist eure Meinung? Gefällt euch das fehlende Händchenhalten in The Sinking City oder fühlt ihr euch ohne klare Aufgaben und Missionsmarke irgendwie aufgeschmissen? Verratet es uns in den Kommentaren. Für weitere Testvideos und Artikel abonniert auch gerne unseren Kanal oder schaut mal auf pcgames.de vorbei.